Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht sich alles darum, wie wir einen Kaminofen mit ganz einfachen Mitteln ganz ordentlich reinigen. Für die Reinigung unseres Kaminofens habe ich mir solch einen Aschesauger im Netz bestellt. Wo ihr sowas beziehen könnt, lege ich nochmal unten einen Link in die Infobox. Und mit diesem werden wir jetzt unseren Kaminofen ganz einfach und schnell reinigen. Als erstes öffnen wir unseren Kamin. Und was ganz wichtig ist, bevor wir mit den Arbeiten beginnen, die Asche muss ausgekühlt sein, also muss kalt sein. Das ist auch ganz wichtig, weil sonst darf man mit so einem Aschesauger nicht arbeiten, der darf nur kalte Asche einsaugen. So, jetzt können wir mal unser Rohr nehmen, stecke ich mal meine Düse auf. Das mache ich immer so mit dem Aschesauger, das geht ziemlich schnell. Musik 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Hier euer Jörg WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR